Leute, meine Clown, was ist das? Willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal. Heute spielen wir einen Memes, aber YouTuber-ethisch, meine Damen und Herren. Heute sind meine Freunde Kalle, André und Amy K. mit am Start, Freunde. Ich würde mal sagen, Jungs, seid ihr ready? Na, Mann. Na, klar. So, und heute wird's extra extrem lustig, Freunde. Und wir gehen rein. Disco, Disco! Ich bin da, Jungs. Okay, let's go. Wenn ihr keine lustigen Memes habt, ich sag's euch, ich slag euch komplett weg. Ihr wisst Bescheid, friend. Okay. Let's go. Let's go. Wer sich im Gruselhaus versteckt, ist ehrenlos. Nein. Ich glaube, da ist keiner. Snitschen, sei ehrlich, André. Wir machen halt Memes. Man sieht zwar die Leute, aber man kann es nicht, also man kann nicht sagen, wo die sind. Guck mal, aufgeregt, sagt mal, in welchem Viertel seid ihr? Viertel? Ja. Grove Street. Oh, ich seh euch. Gehört ich, Rottemann? Du hörst mich? Ich hab dich eben gehört, ja. Oh, yeah. Ich bin der beste Einsicht, Mensch. So, wer wärst du an diesen... Egal, ich sag nichts. Ich seh die Wand durch die Wand. Du bist so kacke. Hey! Du bist so schlecht, hä? Oh mein Gott, ich wollte jemanden in Station Equal gefunden, Bro. Oh mein Gott. Okay, wer kann? Schick mir dein Meme und dann schauen wir rein. Ich schick dir deinen. Wenn ich nicht lache, ich sag's dir, du bist direkt in deinem Kaffer geschützt. Oder wenn du nicht lustig findest, sag in Ordnung. Wir gehen rein, Leute. Der Mädchen am besten im Club an. Ich weiß sie gar nicht, ich werde angesprochen. Du wirst angesprochen? Ja. Wieso? Weil ich bin Albaner. Weil ich bin Albaner. Weil ich bin Albaner. Okay, aber gut, versteck dich neu. Ich werde im Club nicht angesch... Ich werde von den Frauen angesprochen, weil ich bin Albaner. Okay, Freunde, wir machen weiter. Der war... Der war okay. Es gibt bessere. Mirkan. Okay? Ja, aber klar, 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 nochmal. So, okay. Du wolltest einen snitchen, hast du gesagt? Ja. Bist du Verräter, Bär? Ja. Warum lachst du? Nur so? Weil du nicht hier bist. Ja, weil du nicht... Schade. Weißt du, wenn du nicht dabei bist, dann bist du nicht dabei, oder man? Guck mal, ich bin immer dabei. Egal, wo ich bin. Ich bin so dick, ich bin immer dabei. Mhm. Warum bist du denn nicht hier? Er wollte snitchen, aber du bist nicht hier. Bist du. Ekelhaft, Meckern... Okay. Wir wissen, dass André irgendwo bei diesem Horrorschluss ist, weil... Er ist selber ein Horror. Ah. Ne? André hat immer so Scheißvorstecker eigentlich, Leute. Übelgut. Sack. Der kann bestätigen, weil er steht neben mir. Real talk? Ja, du wirst uns beide nicht finden, Bro. Wenn ich euch beide finde, machen wir ein Battle, gell? Der Lustigere hat gelustigt. Ach so. Hat gelüste. So ein Ding ist das nämlich. Hier hat André mich gehört, meint der. Hörst du mich immer noch? Sogar ich hör dich. Nee. Ich weiß, ich hab nichts gehört. Hörst du mich hier? Tanz mal. Hast du gehört? Ich hab getanzt. Ich hab getanzt. Ach so, warum tanzt du denn? Ich hab... Ich soll tanzen. Egal, wir gehen weiter ins Schneebium, Freunde. Hier muss auch jemand sein. Hier ist Kalle. Aber Kalle... Warum sollte ich im Schneebium sein? Weil dein Skin dazu passt. Digga, hast du grad... Hast du grad... André nicht gehört damit tanzen? Nein. Okay. Ehrenlos. Ihr seid in dem Horrorhaus, ne? Nee. Wirklich nicht. Lüge. Okay, Freunde. Wir gehen hier ins Nikolaus sein Haus. Und unter der Treppe ist Kalle. Weil er wohnt da. Doch nicht. Schade. Okay. Das ist ja zu einfach. Das ist ja zu einfach. Hier auch keiner drin. Okay, die Jungs haben sich doch nicht in die Häuser versteckt. Ich bin ein bisschen stolz auf euch, Jungs. Na ja. Ist er. Wir sind nicht in einem Haus. Ich auch nicht. Überred mich. Das heißt, der André hat irgendwas... Irgendwas habt ihr gemacht, ihr Eklinge. Warum für ihn nicht? Hörst du uns echt nicht? Nein. Ich war nicht... Ich mach sogar grad extra für die Buglover schon mal. Oh, Bruder. Ich tanze dazu. Der André, der Sound ist so amazing laut, ne? Wollen wir mal. Eigentlich muss er uns hören. Ich check's nicht. Also ich glaub, der ist ungefähr bei mir auf der Höhe. Und ich hör euch auch nicht. Ich bin jetzt in dem Horrorhaus gerade. Junge, ich hab doch gesagt, da ist keiner. Ah, ich hab mir aufs Zunge gebissen. Scheiße. Ah, okay. Okay, da ist keiner. Aber André hat vorhin gesagt, er hört mich auf dem Horrorhaus. Also kein Sinn, André. Ah, so. Deswegen würd ich mal sagen, wir gehen hier in das nächste Biom, weil hier... Wer kann schon mal nach. Wer kann schon mal nach. Soll ich nachgucken? Nee. Aber ich bin das zweite Mal gefunden, dann bin ich... Ah. Ich weiß, wo ihr seid. Ich weiß, wo ihr seid. Nach. Weißt du hundert Prozent, wo ihr seid. Bro, wenn du's wüsst. Naja. Karte bewegt sich, er schummelt. Nein. Im Wasserfall ist keiner. Im Wasser unten ist auch keiner drin. Wasser hier voll. Du wirst jetzt niemals einen finden. Sag ich dir, wie es ist. Laber nicht. Hast du ne Maffel? Oha. Äh, ich bin stuck. Oh no. Oh no. Du hast ein Perk. Du hast 1,25 Prozent Speed. Oh, ich hab's rausgeschafft. Junge, geht nicht ins Wasser. Das Wasser ist komplett verpackt. Mein ganzes Leben war ein Leben. Aber jetzt sag mir nicht, ihr seid alle in chinesische Gebiet. Alle Schneegebiet. Schnee? Bist du Schneegebiet auch? Ich bin ja... Okay. Das sind alle Schneegebiet. Nimmst du mir nämlich jetzt fahr... Aaaaah. Kacke, ja? Sind keine Freunde mehr. Können nicht mehr befreundet sein. Ihr wisst Bescheid. Hörst du das? Hele, hele. Gar nix, Digga. Gerade. Dann ist dir leider nicht zu helfen. Es tut mir leid. Ey, es ist schade für dich, dass ihr nicht hier seid. Schneegebiet, Junge. Ich bin Schneegebiet, Junge. Ich glaub nicht. Du bist Schneegebiet und hörst den Emote nicht? Ich bin Schneegebiet und bin nur auf dem Dach gerade. Ist der vielleicht Copyright? Dass es nur du ihn hörst, André? Nein, Mann. Oder ich mach Beste-Freunde-Tanz. Ja, okay, dann. Beste-Freunde-Tanz? Ey. Ey. Nein. Oh mein Gott. Okay, ich glaub ich weiß, wo ihr seid. Sag. Sag mal, man muss wilde Defran machen. Ne. Nein. Doch. Okay, wenn du sagst. Okay, dann guck nach. Viel Spaß. Seht ihr mich gerade? Warte, wo ist Kalle? Ekelhaft von euch. Okay, doch nicht. Ekelhaft. Ich find die Jungs nicht. Warte mal. Wenn du ehrlich bist und kurz auf den Boden guckst, dann snitch ich die Kalle. Okay. André, lass ich mal durch. Wie du snitch? Warte, warte, was? Ja, damit du auch dein Meme zeigst. Warum mein Meme? Das andere hat auch nicht gezeigt. Ich guck wieder hoch. Boah, hier oben ist ekelhaft. Er ist in einem Iglu drin. Ein Iglu? Ich bin nicht in einem Iglu drin. In so ein Eishaus drin. Ich schwöre, ich bin nicht drin. Da war ich grad. In der Nähe. Junge, hier im Eisgebiet ist keiner. Ihr könnt mich nicht... Doch, jeder! Laber nicht. Ist halt echt jeder. Soll ich jetzt tanzen, oh du Mann? Tanze jetzt. Okay. Ah. Uh. Junge, es bringt nichts, wenn du tanzen an. Ah, uh, du sagst. Ich hör nichts, Bro. Ihr trollt mich. Ihr seid gar nicht auf der Map. Sei ehrlich. Ich glaub, Kalle trollt grad. Ich glaub, Oderman trollt grad. Ja, safe. Safe. Ich bin auch schon in dem Gebiet, aber ich komm zu dir und bring dich zu Kalle. Und dann geh ich wieder am Einfluss. Warte, warte, warte. Warte. Oh mein Gott. Okay, Kalle ist mit deinem Meme. Ich werd dich sowas von nicht leben lassen. Ich werd dich sowas von nicht leben lassen. Digga, allein dafür, dass du mich nicht eine halbe Stunde lang gefunden hast, das musst du mich mal verstecken lassen. Aber nicht von schick. Okay. Schreib mich nicht aus. So, meine Damen und Herren. Wir gehen rein. Und. Oh nein. Don't let go! Digga! 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 Oha! Was für... Eifig! Der ist viel bessere, Bro, für das, dass du mich kennst eigentlich. Ja, aber ich hab dir die ganzen guten von 20.000 Folgen schon geschickt. Das ist ja die erste Folge, die wir jetzt machen, Kappa. Aber, Kalle, kannst du mir jetzt helfen? Helf mir. Bitte. Ich bin tot. Dir ist nicht mehr zu helfen. Helf mir, bitte. Okay. Die sind im Eisgebiet. No joke. Junge, wie oft willst du Eisgebiet sagen? Ich weiß, dass sie im Eif... Ich kann nicht mal mehr Eisgebiet sagen. Eif... Soll ich mal stehen. Nein. Wie bist du da reingekommen? Nein. Komm sofort raus. Sofort. Mirkan, ich hab dich genau gesehen. Ihr seid beide da drin. Ich schieß, ich schieß rein. Drei, zwei, eins. Du kommst nicht mal rein. Es tut so weh. Kommt raus jetzt. Du, klein Pisser, ich bin da. Ich bin da. Ich bin da, Junge. Ihr könnt mir jetzt beide schön einen Meme schicken. Los geht's. Ich schick zuerst, okay? Okay. Ich hab extra an der Stelle Dings. Du musst schnell sein. Okay. Geht rein, Leute. Oh, time for bed. Wait. Just in case. There's any monsters down there. Handgranate? Ja, danach, danach. Ah, okay. Das ist so dumm. Das ist so dumm. Das ist so dumm. Okay, Mirkan. Okay. Zählen mir deins. André seien zwar dumm. Ich sag's dir. Das war ein bisschen dumm. Es muss dumm sein. Meinst du fast eine Minute, Digga? Tschüss. Oha. Okay. Aber es lohnt sich. Sagst du wirklich? Wenn ich mir das jetzt eine Minute... Okay, wir gucken eine Minute. Also bei einer Sache wirst du safe lachen. Arion. 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 Yalapienus. 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 Das ist es. Das ist, ich... nellach pod, das ist das ... Die ist zu uns, in Germania, in der Virginie. Ey, du lustig, lustig könntest du, ich weiß auch nicht. Es tut mir leid, ich habe auch gerade geguckt. Was? Ah! Okay, ich würde sagen, Freunde, die erste Runde hat André gewonnen. Wir starten die Runde neu, Friends. Ihr versteckt euch neu. André hat die erste Runde gewonnen. Wir machen eine zweite Runde. Let's go. Popato! Digga, die hat mich, Alter, mich gekillt. Als sie Potato aussprechen wollte, Digga, sie sagt Popa, 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 Popa. So, meine Kollegen, wir sind in der Runde 2 angekommen. Warum habe ich so gewinnscht geredet? Keine Ahnung. Okay, irgendjemand ist im Horrorhaus. Jetzt, ehrlich, jetzt, Jungs, komm. Ja, ja, geh rein. Ja, jetzt ehrlich. Okay, die Tür ist unten offen. Zu. Guck mal, wirklich, wirklich, ich wollte ja wirklich Horrorhaus gehen. Aber? Aber ich dachte mir, nein. In Real Talk. Schade von dir. Ich bin doch einmal Freundschaft Plus gewesen. Okay. Du kriegst immer Freundschaft Plus. Wer ist im Wasserfall? Komm sofort raus. Digga, gibt es für dich nur drei Verstecken oder wie? Horrorhaus im Wasserfall, Digga. Und Eisgebiet, aber da finden die ein. Alles gut, ich bin grad bei Chinatown, wo Mirkan sich vorhin versteckt hat. Hier ist safe jemand. Weil jeder mag China. Ah. Number one. Number one. So, wo seid ihr denn? Hallo? Ich kann dir einen Tipp geben. Boah, snitchen oder was? Nein, nein, nein. Diese Intrigen-Party feiere ich übel Snitch ein. Okay. Siehst du die fliegende Insel, wo ein Wasserfall runter geht? Äh, warte. Ne, noch nicht. Warte, ich muss kurz hier. Ich hab Kalle gefunden. Alles gut mit. Nein, siehst du die fliegende Insel? Du musst da oben gucken. Kalle schick schon mal, aber Mirkan ja. Warte, ich muss hier kurz hoch. Okay, fliegende Insel mit Wasserfall, ja? Jetzt sagt er, da ist keiner. Ja? Ja, was da? Da unten, wo der Fluss mündet. Ja. In dem Gebiet, da ist einer. Oder vielleicht sogar zwei. Boah. Aber dann... Also ich hab mir grad selber gesnitcht. Also... Ich hab die... Egal. Okay, Kalle, hast du geschickt? Sch, 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 sch. Bruder, du musst ewig, Kalle, Junge. Ich hab das Schnicks geschickt. Was ist los mit dir? Ja, Kalle muss ewig. So, Freunde, wir gehen rein. Kalle ist ein zweiter Meme. Und Kalle down. Kalle, wo bist du? Komm, wir ziehen. Junge, was ist hier Humor los? Junge, was ist hier Humor los? Da ist ein Typ, der in so ein Pissoir pinkelt. Da kommt ein anderer Typ, der tut nen Stock da rein und sagt, du bist pregnant. Dann sagt der, hey, das geht gar nicht. Ich bin ein Mann. Und dann fliegt ein Baby in sein Gesicht. War das lustig? Ist ja ehrlich. War das lustig, Jungs? Todesbro. Ich hab mich kaputt gelacht, Kalle. Wo bist du? Komm her. Mach nicht wie Zuschauer. Sei ein Vorbild und komm her. Ich bin doch hier. Mein Schienhaus. Wo bist du? Hier auf dem Schienhaus. Wo auf dem Schienhaus? Hinter Wasser halt. Wasserfall. Komm her. Lies mich hier. In dein Gesicht, Kalle. In dein Gesicht. So. Milkan hatte eine Weisheit. Und so meinte er, an der Mündung des Wassers. Sassers. Ist jemand. Ratatas. Das heißt, hier beim Stein ist Andree. Hallo. Hallo. Schicken wir dein Meme? G. Oder G. Beiseite. Hä? Das Ding ist Andree hat guten Humor. Er wird eh weiterkommen. Okay. Ich geh rein. Ein Achtjähriger, der in der Schule mit Süßigkeiten handelt. Der letzte warst du. Hahahaha. Jetzt warst du lustig. Hm. Okay. Die Tatsache, dass es besser war als Kalle seins Andree. Ja. Lass ich dich mal gehen. Aber. Es war noch nicht so gut. Achso. So. So. Versteckt euch nicht im Wasser. Wo bist du? Im Wasser. Du kleiner Spasti. Du bist so dumm Andree. Was hier ist noch ein Schicken? Oder was? Ja. Schick mir noch ein. In der Zeit such ich Milkan. Milkan. Ja. Falsche Seite, Bro. Was denn? Du hast gesagt Mündung des Wassers. Ich bin bei Mündung des Wassers. Ich meinte das Gebiet, Bro. Ich meinte dieses Gebiet. Okay. Milkan ist hier. Tschüss. Was? Hä? Er sagt Tschüss. Hallo. Er wird durch mich durchgelaufen. Ich schwere. Ich hätte gar nichts gekriegt. Gar nichts. So. Ich bin gespannt. Er hat dich schon geschickt. Okay. Wir gehen rein, Freunde. Jetzt. Ich hoffe es kommt wieder keine Aubergine oder Potatoes. Okay. Cookie Monster was going crazy at this party. Denny Team. Denny Team. Denny Team. Denny Team. Ganz kurz. Okay. Leute. Ganz kurz. Ich dachte ich mache jetzt YouTube Edition. Ich lache mich kaputt. Ihr wisst mein Humor. Ich lache dich nicht. Bruder. Du machst nur. Willi den. Willi den. Wegen dem Lied nur. Okay. Hatte nur mal weil er Angst hat. Dann finde mich. Ey. Du hast gelacht. Er darf dir verstecken. Wo bist du? Bin ins Wasser gegangen. Ist ehrenlos. Ich komme nicht mehr raus. Wo ist er hin? Wo ist er hin? Es ist so dumm. Du bist so ein Arsch. Du bist so ein Arsch. Du bist so ein Arsch. Digga. Okay. Warte. André hat uns auch schon geschickt. Wir gucken rein. Nein. Die Arsch. Du hast gelacht. Ja. Ja. Okay. André hat schon wieder gewonnen. Aber trotzdem. Bei mir hast du auch gelacht. Ja. Okay. Okay. Komm Duell. Weil ihr zwei. Eins gegen eins. Wer jetzt das bessere Meme schickt. Okay. Kommt. Kommt in die Mitte. Kommt zu mir in die Mitte. Es muss ein episches Duell sein. Okay. Kommt zum Horrorhaus. Warum lachst du? Weil wir eben die Scheiße schicken, die wir direkt finden. Wir sind selber nicht mal lustig wie Schicken einfach. Kommt in die Mitte, Digga. Hier. Wir sind eins gegen eins, Digga. Eins gegen eins. Wer jetzt den besseren schickt, hat für immer gewonnen. Kommt. Wir gehen rein. André ist ein Meme, deine Damen und Herren. Daily Skating Posts. Alles klar, Digga. Okay, ich glaube André hat gewonnen. Oh, sheesh. Okay, der war gut. Okay, Abby. Hast du mir einen geschickt? Indie Bininging. Indie. Indie Binie. Indie Bininging. Indie. 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 Indie Bininging. 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 Digga, irgendwann hat er gesagt, ich liebe dich, hat er gesagt. War, hat er nicht? Ja, doch doch. Der hat die ganze Zeit nur in den Beginn, in den Beginn. Nein, nein, irgendwann hat er sich so versprochen, dass er gesagt hat, ich liebe dich. Okay, Freunde, André hat wieder gewonnen, André, super gemacht, klasse, bin stolz für dich. Okay, gut gemacht, ehrlich, wirklich. Ich weiß nicht, wo Kalle eigentlich seine, seine guten TikToks noch hatte, eigentlich hab ich gedacht, Kalle gewinnt das heute, aber Freunde, Jumannsang, das war's vom Video, checkt die Jungs unten in der Infobox und ich hoffe, wir sehen uns bei einem neuen Video, mach's gut, und tschau.